Was ist eine USV und wieso ist er auch für den Gaming PC richtig nice? USV steht für unterbrechungsfreie Stromversorgung und dient als Notstromversorgung mit Überspannungsschutz. Ich verwende die Power Walker VI 1500 GXB und die ist von Blue Walker Link in der Bio. Eine USV versorgt eure Xbox, Playstation oder Gaming PC oder sonst was auch mit Strom, wenn zum Beispiel euer Strom ausfällt. Stellt euch mal kurz vor, ihr spielt ein extrem wichtiges Match und das Strom fällt aus. Das ist das Schlimmste was passieren kann. Wenn aber die Stromversorgung zu eurem PC und Modem zum Beispiel von der USV aufrechterhalten wird, dann habt ihr noch eine Chance. Die Gaming USV kommt mit vier Ausgängen, zwei davon sind Batterie gepuffert. Trotz der kleinen Größe hat die USV 1500 Volt Ampere und 9 Ampere Stunden. Und das reicht dafür, dass ihr euren Gaming PC bei voller Leistung für 3,5 Minuten und bei halber Leistung für 10 Minuten am Leben halten kann. Ich habe natürlich auch eine USV in meinem Serverschrank für die ganzen NAS Systeme und für das Modem. Ich habe das Gefühl, dass die